So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Tomb Raider. Wir waren hier in dieser Kammer steckengeblieben beim letzten Mal und da hatte ich euch um eure Hilfe gebeten. Hab es mittlerweile allerdings schon selbst rausbekommen, bevor ich jetzt das nächste Mal, bevor das Video hochgeladen wurde. Und ja, wie ist das Ganze zustande gekommen? Wir hatten hier das Problem, dass wir hier irgendwie was brauchten, um das Ding hier festzumachen. Ja, und dann haben wir uns einfach, ich lasse mich nochmal kurz fallen und zeige euch das. Diese Rampe stand hier auf jeden Fall und die Kanister. Ich wollte die ja irgendwann mal hier auf die andere Seite, da genau hin, oder dachte, dass ich mich da rüber katapultieren muss. Aber, wie ihr gerade schon gesehen habt, kann man hier einfach rüber rennen und sich dann hier festhalten. Geil. Ich bin auch wirklich ein Trottel. Dass ich sowas wirklich nicht vorher schnalle. Naja, machst du nix. Gut. Wollen wir mal schauen? X, Madame. Gut. Viel weiter war ich jetzt auch noch nicht. Hallöchen. Wo waren wir denn jetzt hier stehen geblieben? Was haben wir denn da oben? Dann gehen wir gleich mal rein. Gucken wir erstmal hier. All diese Pläne sind gebaut auf älteren Ruinen. Schön. Die haben aber ganz schön gesoffen. Zu ihrer Zeit. Und das auch, äh, hier Eta, oder was ist das? Das sind nicht gesund, Kinder. Macht das ja auch nicht. Zieh hoch, du! Bedien dich. Ein Skillpoint. Jawohl. Und ein Handgun-Part. Das ist doch schmackhaft. Joa, hier ist sonst, äh, glaube ich, nix mehr. Oder? Was ist das da oben? Oh! Nix. Sehr gut. Mal hier lang. Heizen. Oh! Und hier unterrutschen. Yay! Yay! Das geht auf jeden Fall deutlich schneller. Was ist der andere Schmodder? Da runter zu laufen und so. Das wäre ja langweilig, wenn wir nicht rutschen könnten. So. Wo geht's lang? Geradeaus. Warum läuft die auf einmal so langsam hier, wenn's... ...in dunkle Gefilde geht? Als ob sie Angst hätte. Ja. Schön. Ah, hier kamen wir ja her. Daran kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern, ne? Das ist übrigens, äh, ein Tag her, dass ich... ...die letzte Episode aufgenommen habe. So, hier waren wir noch nicht in die Richtung. Ne, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ähm, okay. Können wir da rüberspringen oder so? Ich versuch's einfach mal. Klappt. Jo, okay. Hätte natürlich auch schlechter ausgehen können hier. So, dass wir da irgendwo ins Nichts springen. Also sind wir eigentlich, ja, aber... So, was haben wir hier? Eine brennende Tonne. Machen wir wieder an die Gerätschaft. Machen wir wieder an die Gerätschaft. Mhm. Machen wir wieder an die Gerätschaft. Ja. Dem geht's nicht mehr gar zu gut. Ihm übrigens auch nicht. Warum sind denn hier alle nur... ...so halbe Körper? Macht er den Hitlergruß? Ah. Gut, äh... Hier sind wir, glaube ich, reingekommen, ne? Ja. Yeah. So, wo wollten wir jetzt hin eigentlich? Da drüben irgendwo, ne? Da hoch. Da hin. Da wollen wir hin. Sehr schön. Ja, das sollte doch kein Problem mehr sein. Zünden wir noch kurz hier dieses Moped an. Zündel, zündel. Ich zündel ja gerne, muss ich ehrlich zugeben. Also früher überall gekokelt. Und, äh... Ja, mach das ja nicht nach. Geh nach. So, wie spring ich denn jetzt hier drauf? Hier drauf. Naja. Ha. Ich glaube, ich weiß wie. Das Ding fährt jetzt vorbei. Und dann springe ich nämlich Anlauf. Ah, oder so. Das geht natürlich auch. Ey, du mach! Geht mir alles ein bisschen langsam. Ist auch überhaupt nicht gefährlich hier, so mit der Fackel und dem... Oh. Feuern wir schon mal ein bisschen hier. Mit welcher Haffe? Äh, das ist eh nicht. Der Lappen. Oh, hat doch getroffen. Ja. So. Zack. Yeah. Headshot. Killer Headshot. Nachladen die Maus. Und runter her. Kill her now. Mann. Ja. Shotgun to the knee. Und ihn juckt's null, oder was? Ja, versteck dich da ruhig, du Spasti. Oh, hier muss ich aufpassen. Das Ding explodiert gleich. Was hat? Von der Reichweite her? Äh, ne? Scheiße. Ah, hier ist der Armour, der ist sehr gut. Ey! Sag mal! Ich hab ihn da gerade nachgeladen, das zählt nicht. Zack. Oh, shit! Nein, 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 nein! Oh, Mann. Verbrannt. Tja. Passiert, ne? Wenn man sich auch so Raudis einlässt hier. Wieso konnte ich ihn ja nicht runterschießen jetzt? Oh! Schieß! Mann! Waffe! Rums! Zack! Ja, komm her! Komm her, du Spacko! Oh, da! Ah! Tschüss! Scheiße, Mann! Hier hab ich wirklich null Schuss mehr. Ich weiß nicht, ob das verbringt hier mit dem Zeug. Ja, komm, ich geb ihm einfach hier. Zack! Oh, shit! Ja. Inne kommt. Killer Headshot. Zack! Nee. Oh! Jawohl! Ich schieße eigentlich nicht gerne mit Fall und Bogen. Ja. Nee! Leute, ich ziel doch gerade. Da könnt ihr mich doch nicht hier... ...geben. Killer Headshot. Oh, nein! Schnell hinter. Wo ist denn der letzte Spasti? Sag mal! Was wirft der denn da für Granaten? Da. Ey, du Kacklappen, komm hoch! Jo. Komm hoch! Komm hoch! Ja, genau. Dann schnapp ich mir halt... ...das Maschinengewehr einmal kurz nachladen hier. Sag mal! Wie bewaffnet ist der denn? Und... Ach, da ist noch einer! Killer Headshot. Danke. So muss er gehen. Noch einer. Wie? Da ist irgendwo ein Nest, oder? Da kommen so viele nach? Ey, ja. Danke. So ein schlechter Scherz hier. Killer Headshot. Oh, weißt du was? Ich mach jetzt einfach hier. Nee. Kann ich nicht. Wie viel sind denn da? Epische Fehlleistung. Wofür das denn? 800 Millionen Schüsse in den Sand gesetzt. Was? Wahrscheinlich. So. Oh, Gott. Oh, Gott, 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 Gott. Halt, die kann ich nicht zurücklaufen, so. Ja, Pfeil und Bogen nehmen mit. Ja, ich wollte eigentlich den anderen noch, aber ist egal jetzt, ne? Ja, hier liegen sie und machen Liebe. Küssen die sich? Ne, andersrum, ne? Hier, 69! Yeah! Baby. Er brennt noch. Ach, den sollte vielleicht mal einer löschen. So. Geht auf, jawohl. Es geht immer weiter, doch. So, hier. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier müssen wir ja einmal oben wenigstens gucken, ne? Ob hier nicht irgendwo was ist. Ne. Ist nix. Sehr schön. Nicht, dass wir irgendeinen Mist verpassen, den wir im späteren Spiel dann doch noch brauchen. Alter! Nein! Halt dich fest, Will! Wow! Wo kommt denn jetzt der? Danke. Huh! Roth! Ja? Grim's dead. They tried to use him as leverage to make me surrender, but he wouldn't let them. Grim, you... you stubborn bastard. I'm so sorry, Roth. No. Don't be sorry, Lara. Just make it count. We'll raise a glass to the old man when we get older here. I'm going to try and get closer. Can you cover me again? Ach, jetzt muss ich hier zielen? Nee, das macht er. Gut. I've got a clear sight with my rifle until the palace wall. Okay. Sehr schön. Das heißt, wenn wir hier rauskommen, wird gesoffen. 888-RC responding to SOS, inbound from Greater Trinity. This is Conrad Roth of the Inturics. Do you copy? Ja. Did you hear that? A rescue helicopter is inbound. Sehr gut. Sehr gut. So, wir können hier ein paar Sachen upgraden. Wir haben ja gerade zwei Skill-Punkte bekommen. Das wäre natürlich ganz gut. Kartografie. Auch wenn ich die Karte noch nie benutzt habe, wirklich. Sollte ich vielleicht mal machen. Aber wir wollen ja auch nicht alle Tumbs und 100% hier. Sondern das Spiel einfach nur finishen, damit wir trinken können, ne? Ein Glas auf dem Grimm. Orientierung. Mhm. It increases your climbing skills. More speed. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Weil wir so oft fallen. Press B when landing from hard fall to reduce damage. Also increases climbing speed. Sehr schön. Und dann haben wir noch Spot Hidden Pockets on enemy courses. Extra ammo. Mhm. 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 Aber hier war noch irgendwas. Brawler Upgrades. Irgendwas dodgen. Das können wir dann dodgen, ja. After dodging an enemy, stab them in the knee with an arrow to cripple them and leave them vulnerable to killing blow. Vulnerable. Press B to dodge. Then time Y press. Ja gut. Machen wir alles klar. Keine Skills mehr. Da kann wer. Ja. Ja. Gehen wir weiter. Ja.